Hallo, mein Name ist Günter Kraft, ich bin Jurymitglied beim TU Ideenwettbewerb und unterstütze das Highest bei seinen Gründungs-Startups sowie Startup Secure, Merck Innovation Center etc. Hi, besonders am Ideenwettbewerb der TU Darmstadt interessiert mich, dass man frühzeitig gute technische Lösungen entdecken kann und aber auch Kreativität der Startups sehen kann. Ich achte besonders darauf, wie gut die technischen Lösungen sind, wie kreativ die Lösungen sind und ob die Gründer wirklich einen Gründergeist haben. Die Teilnahme lohnt sich schon deshalb, weil man sich mal in diesem Gründungsumfeld testen kann. Man kann schauen, wie man eine Idee oder seine eigene Idee realisieren kann. Man bekommt Feedback, lernt und kann sich testen, ob man überhaupt Gründer ist. Mach mit beim Ideenwettbewerb der TU Darmstadt. Hashtag meine Idee 2021. Du kannst nur dabei lernen, entweder deine Idee wird realisiert oder du selbst kannst sehen, ob du ein wirklicher Gründer bist. Ich bin jetzt mal in der Mitte. Ich bin jetzt mal in der Mitte. Ich bin jetzt mal in der Mitte. Ich bin jetzt mal in der Mitte.